Wir haben nie Heil Hitler gehört, wir haben nie Heil Hitler gegrüßt. Wir haben den Petersen, das muss ich Ihnen ehrlich sagen, nicht mit Parteiabzeigen oder Hitlergruß erlebt. Und bei uns wurde auch die Fahne geholfen. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir die Flagge genisst haben und Heil Hitler gesagt haben. Das gab es in meiner ganzen Schulzeit nicht, in der Jena-Bernschule.